181, der Pauer Hicke, also der ist ja vorher ein besorbener Pausen, in zwei Zweifelplätze von 24 Zellen und auf Platz 3 ist der Hexaschläger Günther, der ist wie die Söpfer kommt, und dann ist es ja nie hier. Das 17 auf dem Trauerstaat von Thurnwigs, junge Hicke lossehnen, auch gelohnt. Schauen wir mal, wer ist alle dabei? Und mit der 1. in der ersten Startreihe, der Juni von Hügelksberger, Hügelksberger Pascal vom SRT Altheim, mit der 1. Reihe im vorigen Jahr wurde er Vizestaatsmeister, und heute her spielt er bei der 1. Stahl in der 1. Stahl in der 1. Stahl in der 1. Stahl, oder? Mit der 379, Stempz von Adagi von MSZ Mariaspul in Saiga Hans, mit der 381, Dauer Michael, wie gesagt, 2 zweite Plätze, hat er noch vorher schon in der 2. Reihe. Mit der 49 Hager Melanie vom Zellige Schwandt, mit der 376 Echsenschläger Günther vom MSC Maria Schmull, mit der 380 Schauer Patrick MSC Maria Schmull, mit der 403 Lechner Fabian vom Mixer Martin, mit der 160 Schütz Patrick MSC Wels, mit der 107 Becker Alexander Mixer Martin, der Lukaubart der Torhüter und der Aufsieger der ersten beiden Rennen. Mit der 103 Lechner Stefan vom Mixer Martin, mit der 406 Simitschwerger Simon, Mixer Martin, mit der 470 Kala Markus, Mixer Martin, mit der 31 Jungen Jungen von Wilhelm von Wittemeyer Michael, mit der 75 wieder eine Dame, Kasinger Maria vom MSC Maria Schmull, und mit der 67 Jungen-Kollegen jedenfalls vom MSC Maria Schmull, die Nina Hagenmüller, mit der 70 der Wenger Franz vom MSC Maria Schmull, er ist der Junior von Hause Wenger und mit der 123 ein neues Gesicht auf den Einsteigern, die Rina Daniela vom MSC Rina wird durch haben. So, jetzt haben wir gespannt, wie es dem Führer, wenn der Staatsmeister Wertung geht, mit der 107 auf einem Torhüter, ist er unterwegs. VW Polo Suzuki Swifters ist hier am Start. VW Polo Suzuki Swifters ist eine sehr gute Marke, 14.5 cm, 90 PS hier auf dem Maximum bei dieser Einsteigerklasse. Strecke starten... So, strecke bitte auf beimachen, strecke, spür! Spür! Sehr schön! Musik Dankeschön Das ist frei Es geht los hier Wischen wir mit dem Mund gemischen Musik 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 Vielen Dank, Frau Michael und Herr Hingisberger Pascal. Sie stehen hier für die Sprache zu ziehen. Ein Traktorfahrer bitte, ein Traktorfahrer bitte. Sie stehen hier für die Sprache zu ziehen. Sie stehen hier aus dem Rennen in Karl-Marcus. Sie stehen hier für die 379 Steppe von Marius. Die Rennen ist von Marius Vollen. Sie stehen hier bei Marius Vollen. Sie stehen hier bei Marius Vollen. Das ist noch in der ersten Runde. Wir haben die Sprache in der Zwischenreihe. Die Rennen ist in der Zwischenpf 승 Randy. Sie stehen hier bei Marius Vollen. 2. 2. Plätze bei den ersten beiden Rädern. Die ersten Räder sind in der Einsteigerklasse der 3. Runde. Die erste Räder sind in der ersten Räder. 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 Läder sogar die erste Räder? Läder da? Untertitelung. BR 2018 Die Führung der 381 momentan, Paul-Mieter, der fährt auch die schnellsten um. Die Zeitzeit momentan steht hier bei der Fahrerlade Ausgangskurve, seinem Herrscher. Zweitens war momentan die 107. Beck Alexander vom X-Saint-Martin. Die Zeitzeit momentan steht hier bei der Fahrerlade aus. Der Umfeld war mit dem Meier Stephan, dir Meier Gerhard, Alenka Christa, der von Josef, du bist Andreas, du, Andreas, Ex-Lehrer, Tobis, Johannes, mit dem Pfarrer raus. Auf jeden Fall. Lauter Betüge. So, das Feld hat jetzt auch durchgemischt, wenn ich es jetzt schon aus dem Reiner bin. Und für 81, für 107. Die 380 ist in der siebten Runde, ebenso geht in die siebte Runde jetzt die Opfer 7, auf Platz 2, Alexander Beck. Und auch der Pascali Sperger, die 3 liegen im Führung hier. Jetzt wird es noch einmal Spannheit um den Führung hier, die 1.8. Die 1.8. Die 1.8. Das wird nur interessant sehen, 381 oder 107. Frau Mikkel oder Beck Alexander. In der letzten Runde die Ballen. 381 oder 107. Was genau umgekehrt. Die Brülle, die Pistole, die Pistole, die Pistole! 131 ist wieder auf den Rädeln, hat sich leicht zur Seite gelegt, da durch die Räder zu bewegen. Jetzt geht es hier wirklich um den Startziel-Sieg zwischen der 81 und 107. Sie stehen hier für der Ziel-Klasse und wer als erstes durchkommt, gewinnt dieses erste Rädern heute, der Einsteiger-Klasse. Ja, das ist unser Punkt, der ist wirklich frei. Ja, das ist unser Punkt. Das ist unser Punkt, der ist wirklich frei. Das ist unser Punkt. Das ist unser Punkt. Das ist unser Punkt. Das ist unser Punkt. Der ist sicher... Das war's für heute. So, wir sind in der letzten Runde. Es geht noch ungefähr 50 Meter hier für die 380 und für die 107. Wer als Erster reinkommt, hier gewinnt es das erste Rennen. Start frei. Es geht nicht aus. Die 380 und für die 380. Wir sind in der letzten Runde. Die 380 und für die 380. Die 67 Mikrofon, das ist die 83, das ist sie. Fahrzeuge aus der Weststrecke bitte, Weststrecke Räume, nächstes Jahr vorziehen.